Hallo ihr Lieben von mir und Karl. Wir haben heute was vor, ganz spontan, deswegen muss ich mich jetzt auch ein bisschen beeilen, aber wir fahren jetzt gleich an den Bodensee und gehen dort spazieren und ich habe jetzt ganz spontan entschieden, dass ich Karl mitnehme und habe meine Begleitung gefragt, er ist hier nicht alleine, ob das in Ordnung ist, wenn ich Karl und den Kinderwagen mitnehme. Den habe ich nämlich noch nie ausgeführt und ich freue mich total, dass sie gesagt hat, ja, kannst du machen und ja, ich bin jetzt total aufgeregt auch, weil ich war noch nie mit dem neuen Kinderwagen draußen und mit Karl bin ich ja sowieso oder mit den Babys generell bin ich nicht oft draußen und im Kinderwagen sowieso nicht und deswegen, ja, bin ich jetzt sehr freudig aufgeregt, sag ich mal und wir müssen uns jetzt auch ein bisschen beeilen. Karl ist schon so angezogen, nehme ich ihn mit, er wird eh noch eine Decke, die Decke nehmen wir auch mit bei sich haben und jetzt muss ich mich aber noch schnell fertig machen, ausgefertigt quasi, ich muss nämlich noch kurz duschen gehen und dann gehen wir los und ich möchte euch auf jeden Fall mitnehmen und ich kann auch auf jeden Fall filmen, aber wahrscheinlich werde ich dann ohne Ton filmen bzw. Musik euch drüber legen, weil meine Begleitung das nicht möchte, dass man sie sieht oder hört und das ist auch völlig in Ordnung und ja, deswegen, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Genau und ja, bis gleich und ja. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe einfach gemerkt, dass mir das so gut tut und ja, wir hatten auch richtig, richtig schönes Wetter, habt ihr ja gesehen, es war richtig schön sonnig und angenehm, warm, nicht zu warm, einfach perfekt. Ja, ein richtig, richtig schöner Tag. Und ich hoffe, wir können das bald mal wiederholen und ja, dann nehme ich euch auch wieder mit. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude an den Bildern und ja, genau, dass wir euch mitgenommen haben. Ja, und dann verabschieden wir uns auch. Wir lassen jetzt den Abend noch ganz ruhig ausklingen, wir lassen jetzt den Abend noch ganz ruhig ausklingen, wir beide, Carly und ich. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche euch alles Gute und passt auf, macht's gut und alles. Und Carly, hast du schon gewunken? Naja, jetzt darfst du auf jeden Fall nochmal pingen. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.